hallo meine lieben willkommen auf meinem kanal so siehst duft bürgchen und das leben und wie sitzt meine kamera heute nicht so richtig keine ahnung irgendwie ja es ist montag meine lieben auch an mir geht die katastrophe nicht spurlos vorbei leider gab es gestern kein video ich war gestern so platt ich war den ganzen tag am samstag unterwegs wirklich von morgens bis abends und bin auch tatsächlich für meine verhältnisse wirklich viel gelaufen ich hatte abends die füße so wie ich war abends so kaputt und das hatte leider gestern auch noch ein paar nachwirkungen also immer wenn ich mich viel bewegt obwohl meine knochen sagt nein dann kriege ich meistens am nächsten tag die quittung und so war es dann auch gestern ich hätte gestern kein video drehen können ich hätte hier die treppe hochgemusst wird verreckendet um das mal so zu sagen ganz brollig aber trotzdem herzlich willkommen meine lieben es gibt direkt mit woch zum sonntag bzw dann heute zum montag ihr dürft natürlich gerne den kanal abonnieren das kostet euch nur den fingertipps auf den abonnieren button das ploppen dann die drei glöckchen auf wenn ihr eine benachrichtigung haben wollt wenn ich ein video hochlack dann müsst ihr das obere glöckchen aktivieren und darüber ich mich immer freue wie ein kind an weihnachten sind kommentare die sind auch ganz gut für den kanal und bin ein bisschen wachsen zu lassen und däumchen hoch ist natürlich auch super wichtig für den algorithmus und wie gesagt damit wir noch ein paar mehr leuten hier begrüßen können also ich bin immer ganz erstaunt wenn es wieder heißt sie haben wieder neue subscribers wie zu schön heißt also neue abonnenten bin ich immer froh ich bin immer ganz immer erstaunt und denkung gibt doch noch leute die mein gesammelt interessant finden irgendwie keine ahnung nun gut das war das ganz schnelle wort zum sonntag bzw heute zum montag ihr seht ich habe meine fingernägel gemacht quasi passend zu einem t shirt eigentlich nett aber ja ich konnte mich mal wieder nicht so richtig entscheiden farbtechnisch gesehen wetter heute ist mal wieder ein bisschen verhalten die sonne zwar zwar zu mir draußen aber wie ihr seht ich habe ein jäckchen an mir war es vorhin echt ein bisschen frisch frisch gemachte fingernägel die waren wirklich total rausgewachsen das musste heute noch vorher sein so ich wollte eigentlich ein einkaufsholm mit euch machen weil ich war ja letzte woche im dm mein jüngster sohn ist drauf und dran auszuziehen das heißt ich brauche gar nicht mehr so viel wenn meine tochter ist unter der woche auch nicht zu hause im normalfall wenn schule ist und ja dann sind mein mann und ich eigentlich allein und dann braucht man halt auch nicht so viel ne ich packe jetzt zu allererst mal die großen sachen aus schuldigung hat die kamera so wackelt ich weiß nicht was heute los ist also ich habe gekauft das hier das ist von ebelin kosmetiktücher box 3 lagen 60 stück mal in so einer schönen runden box wie hier oben bleibt als direkt hier wo stelle ich die denn mal hin ich habe überhaupt keinen platz ich wollte heute so viel machen ich wollte mein büro hier aufräumen und 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 ich wollte mindestens zwei oder drei videos drehen und keine ahnung was alles ja und was habe ich hingekriegt ich habe zumindest die spülmaschinen angestellte waschmaschinen trocken sind heute auch schon gelaufen ich habe mich natürlich um den hund gekümmert und mal um mich selbst ja gestern mit chillen war eigentlich nicht so wirklich bin ganz natürlich ausgerannt und man hat es nicht gesehen also war fast wie so invisible man wie man so schön sagt ja und wie gesagt hat mit dem videos drehen hat auch nicht so richtig geklappt dann habe ich wie jeden monat die hier gekauft die werden auch dann wieder im aufgebrauch auftauchen war dann würde ich mal sagen am mittwoch ja doch manchmal das am mittwoch wie gehabt wenn ich dazu kommen ich muss dann vielleicht mal morgen meine stunde früh aufstehen ja die kiste steht nämlich schon hier ja habe ich immer always discrete sensitive pläder wie zu schön heißt also für eine blasenschwäche ich habe ja auch für kinder geboren da kommt er dann schon mal vor in dem betagteren alter von 51 das hier ist so ein bigpack ich bin froh dass sie die wieder haben bei dm da sind 30 stück drin das reicht dann auch wirklich für einen monat ne also im normalfall was ich auch gekauft habe ist hier fliegen klatsche zweimal die kommt jetzt in der kamera sehe ich gerade richtig blau raus wenn ich so drauf guckt ist die eher so ja ein ganz komisches violett angehauchtes blau ganz seltsam davon habe ich zwei gekauft eine davon nicht im auto da habe ich auch immer irgendwie fliegen die ärgern mich immer dermaßen und wenn man wenn ich versuche danach zu schlagen dann mache ich öfters schon mal so schlenker nicht dass die leute denken ich würde das soffene auto fahren also manchmal sieht es wirklich so aus dann habe ich gekauft hier von zwei eine steht schon bei mir im schlafzimmer das sind diese xxl tücher boxen von soft und sicher vom dm vier lage ich diesen echt groß 27 x 23,5 cm ist ein so ein blättchen da sind 110 stück drin damit kommt man schon mal in zeit damit man nicht abends mit der tempo packung da rum weiß die habe ich hinter dem bett stehen dann mache ich dann abends diesen hier und muss mich nicht viel bewegen ich bin ja eine faule socke wie man sich schon sagt ist irgendwie die kameraeinstellung hier wenn ich hier hin und her rutsche ist das nichts ich glaube ich muss die nummer darunter stellen so stehe heute mit allem irgendwie auf kriegsfuß ich habe auch total wieder viel wassereinigung ich sehe aus jetzt wäre ich kurz vorm platzen fürchterlich aber das problem ist wenn ich hier oben bin die toilette ist immer noch kaputt oder zumindest so dass ich nicht drauf gehen kann dann müsste ich tatsächlich wirklich alle halbe stunde muss ich dann auf wenn ich meine wassertabletten holt das heißt ich muss alle halbe stunde trepp rauf trepp runter und das mit meinen kranken kaputten knie das mache ich zweimal das mache ich dreimal und beim vierten mal gehe ich nirgendwo mehr hin so hole ich dann meistens meine wassertabletten nicht wenn ich weiß dass ich keine zeit habe für ständig aufs klo zu gehen irgendwann kriegst du natürlich dafür die quittung weil du die wassertabletten nicht holst da bist du irgendwann wie so ein wie so eine wasserbombe im prinzip im sommer nur dass man mich nicht schmeißen kann dafür bin ich leider ein bisschen zu schwer was ich dann auch noch hat sind zwei von denen hier die ölpflege tücher damit also die benutzen wir anstelle von folgenden toilette ohne jetzt irgendwie schwer ordinär zu werden oder sonst irgendwas hier kommt alles jetzt wieder mit runter jo dann habe ich hier noch ein täschchen eins von meinen lieben täschchen hier halt von dm die schönen bunten farbigen stofftaschen die ich ja so schön sammeln muss mich jetzt mal hier richtig positionieren ich habe gekauft ich greife jetzt einfach nur nummer so hier rein geht hier in der tasche ist ich habe gekauft nach viel pack von diesem kleberoller den habe ich nämlich in der schublade hoffe ich zumindest der war mal in der schublade ich glaube meine tochter hat mir den gemachs wussten dahin den hatte ich schon neulich noch in der hand wo ist denn der jetzt hin jetzt habe ich mir die nachfülle ich glaube das ist der blöde roller weg das kann ja wohl nicht sein also leute ehrlich hier kriegt doch alles beine also ich habe einen hier aber ich glaube das hier ist ein tebex teil ja das hier ist ein tebex ja der war auf jeden fall die tag hier dann habe ich festgestellt dass meine tochter mir den aufgebraucht hat und habe gedacht wo ich jetzt im dm war ich hole mal nachfüller jetzt habe ich die nachfüller jetzt ist der blöde roller wieder auf tour ich sag jetzt nicht was ich jetzt sagen wollte aber ehrlich ich mich fuchst mich gerade ganz immens also ja dann habe ich gekauft die hier das sind von dokars kaustangen mit hühnerbrust die sind so außen rum gewickelt die hat unser hund allerdings schon alle gefressen das sind nämlich die kleinen das dauert ungefähr eine minute dann sind die spätestens weg also normalerweise 30 sekunden kommt wenn wir trauen wie sie gebunden sind dann habe ich aber noch von goodboy im prinzip dasselbe in grün hier nur in groß also auch eine stange mit natürlichem hähnchen mega cow twister mit hähnchen ganz genau ich würde mal sagen maximal 15 minuten dann ist er hier weg weil wir haben einen großen hund also das ist eigentlich auch nur damit ich wenigstens ein bisschen mal ruhe habt beim essen dann sitzt die vor mir und dann sagt sie mir das ganze bett vor die tropft dann echt wie ein bassa weil die dann immer bettelt und ich jeder nichts mit gibt weil die hat ein ganzes buffet und ja dann habe ich mir noch mal gekauft hier von eroxon fenster fliegenfalle das sind diese dinger hier seht ihr da zum kleben für ein fenster wird es geil also leimfalle zum fangen von fliegen und fruchtigen genau wird es super geil für die kleinen mücken und die machen wenn du dir hier vorne ist unsere sonnenseite das heißt wir haben von morgens zehn bis abends um acht sonne da also quasi den ganzen tag und wenn ich da irgendwann dran klebt und die sonne klatscht bin ganz auf das fenster du hast deine klebereste und das ist hiermit halt nicht so ne da ist irgendein spezieller kleber dran der halt rückstandslos auch wieder abmachbar ist mit dem dingen und da siehst du nix ne das ist also klasse ich habe nämlich schon mal balkonfenster ich habe immer noch nicht weggemacht mit ich habe mal was auch da hatte ich irgendwie bei dahin gegangen ich glaube ein handtuch damit der hund nicht immer oben sieht wenn unsere nachbarn hin und her laufen mittlerweile ist alles zugewachsen aber die saß dann echt abends da nach auf ihrer couch guckte dann so von unten so quer durch unsere balkontür die hinten raus geht in richtung oben wiese quasi unseren nachbarn hier oben drüber auf die tür und jedes mal wenn da das licht anging oder wenn abends einer in der küche hin und her huschte und da war das licht an oder wenn die besuch kam oder einer rein und raus dann hat unser Hund angefangen zu bellen egal um welche uhr zeit und dann war ich jetzt irgendwann so satt dann habe ich ein handtuch hingehangen mit ich hatte nix anderes da habe ich dann kreppband geholt und ihr habt mir damit natürlich bronte fenster versaut so da musste ich jetzt mal gerade ein kleines päuschen machen aber ich bin wieder da also pause habe ich nicht gemacht ich muss nur gerade jemanden fragen ich sitze hier total bescheiden muss ich sagen ich habe mir gekauft das war wahrscheinlich nicht so wichtig aber eine google play karte wie weit super davon da oder hier ist kann etwa wir haben das mittel oder ich weiß gar nicht mehr überhaupt steht ja näher ich weiß nicht wo ich die habe aber sie ist mit hier in der tasche drin und dann ist sie dann wohl doch vom dm doch sie ist wohl von dm die hatten nämlich da hängen ich habe mich gewundert sie hat nämlich oben immer auf dem deck bestand immer muss da drauf wieso weiß ich nicht ach stimmt das war nur so eine karte ohne den pin glaube ich hinten drauf wenn hier steht nämlich komischerweise nichts drauf das ist alles ein bisschen komisch manchmal aber die funktionieren auch nicht immer da muss man echt gut aufpassen also bei solchen karten bitte immer die kasse obwohl er ist ja dann auf der app ich scanne ja immer meine app ein also quasi die kundenkarte und dann ist da immer alles drauf da verliert man auch nichts das ist mir auch schon vorgekommen dass die karten mit ging und dann hat man einen zettel verloren oder hatte gar keinen hast du dann Pech gehabt was ich auch mal ist hier melatonin plus schlafkomplex mit valdrian und l tryptophan und halt ein milligramm melatonin pro maximale tagesdosis ja das sind halt so die preiswertesten die man finden kann die tun ihren dienst ich meine wenn melatonin drin ist dann ist es gut ne also ich habe mich manchmal schon so ein bisschen einschlafprobleme abends wenn mir so viel im kopf rumgegeben da sind die eigentlich ganz gut weil ich mir auch mal gekauft habe zum ausprobieren wobei ich ehrlich gesagt weiß ich nicht ob das was ist das habe ich mir diesmal mal mitgebracht von doppelherz aktiv kollagen mit biotin und q10 so hier sind jetzt 1000 milligramm kollagen drin nur einmal täglich für haut und mindegewebe plus 40 gramm vitamin c kupfer und mangan ist ja alles ganz gesund da sind 30 tabletten drin also quasi für vier wochen und ja ich bin mal gespannt das ist ja in aller munde das mit dem kollagen mit dem klo kaffee und wie das alles so heißt und die einen sagen ist quatsch die anderen sagen naja das hilft dann schon guck dir mal die leute an die das schon 20 jahr machen so weit wie jennifer ernisten oder sowas naja gut die frage ich wirklich kaum verändert muss man jetzt mal einfach so sagen aber ich denke mal die hat auch gute gene und macht viel sport und ist gesund und so weiter und so fort und trinkt viel wasser mal gucken ob es sich was tut aber ich denke mal da wird man tatsächlich erst ergebnisse sehen wenn man dann mal so zwei drei monate gemacht hat wobei ich sagen muss viel falten im gesicht habe ich ja nicht gut jetzt hier oben natürlich sieht man jetzt so in der kamera auch gar nicht mehr das licht ist natürlich dann schon schön ich habe natürlich hier weil ich hier meine augenbucht macht und natürlich hier auch meine lach fälschchen und und naja gut die lieder hängen auch schon ein bisschen runter schwer kraft tut ihre zeit aber mit 51 leute dann ist das eben so und ich wie gesagt ich mache nicht viel sport weil ich auch nicht kann nicht dass ich nicht wollen würde aber ich würde gerne aber ich kann jetzt einfach gesundheitlich nicht ich hatte morgens wieder so rückenschmerzen ich habe erst mal eine halbe stunde gebracht bis ich mich soweit bewegt bekam dass ich meine schmerztabletten dran gekommen bin ich weiß nicht wieso das ist manchmal ist das so da habe ich da wache ich morgens auf und habe schmerzen wie das würde ich ein kind kriegen also kinder kriegen war nicht so schlimm ich muss sagen wie es ist ich habe da viel gekriegt ich weiß wovon ich rede gut das ist auch jedem selbst überlassen das schmerz empfinden ist ja auch immer relativ wie gesagt die probiere ich dann mal aus mal gucken ob etwas ist aber ich weiß nicht woran man das sehen sollte na gut ich habe ich habe ganz schlechtes bindegewebe also als der liebe gott mich gemacht hat und irgendwas verteilt wurde vom krips bis sonst irgendwas beim krips da war ich irgendwo in der mitte und bei den krankheiten war ich an erster stelle und habe immer hier gerufen also ich habe das einfache zu sagen weil ich nett habe auf jeden fall ich habe ganz schlechtes bündegewebe ich habe auch den bauch da sieht man überall die berühmten schwangerschaftsstreifen die habe ich aber nicht nur da die habe ich auch hier an meinen winkearben ich habe hier auch das lipödem lipunmödem dementsprechend sehe ich auch außen auch meine oberarme sind davon leider betroffen habe ich nie so richtig wahrgenommen naja gut jetzt ist es zu spät wenn ich nicht schön genug bin der muss eben weg gucken ja ich fühle mich aber wirklich im moment sehr sehr unwirklich wie gesagt ich bin voll wasser die temperatur schwanken das ist auch nicht so richtig doll gut wie gesagt ich probiere die aus und dann müssen wir mal gucken was ich auch habe das ist echt durcheinander diesmal weil die klassiker die klosteine kennen da ja auch schon die riechen aber wirklich gut also vor dem spülen mango nach dem spülen kokos ich weiß nicht ob die wirklich nach dem spülen nach kokos riechen keine ahnung aber sie riechen einfach gut und ich finde es geil dazu keine plastik verpackung wir haben bis auf den hängerschen für im klo der muss ja noch mal dann habe ich mir eine kleine größe hier von der veleda neppi change cream heißt so ja genau gekauft eine wundschutzcreme schützt wirksam vor wund sein im windelbereich die benutzen mir schon seit ich mein erstes kind bekommen habe der älteste ist jetzt 26 geworden vor einer guten woche und seitdem benutze ich das ich habe das bei den babys immer benutzt und wenn jetzt mal irgendeiner durch zum beispiel wenn man viel durch die gegend läuft und die kleidung scheuert braucht man natürlich wund und da benutzen wir die dann auch immer oder bei sonst irgendwelchen bunten stellen oder hier auch bei diesen reichweiß ragaten die ich irgendwie nicht loswerden will da benutzt man sowas und dann ist das auch bald wieder gehalten also die ist wirklich echt gut die ist zwar nicht ganz billig wie gesagt hier ist die kleine größe die kostet bald auf zwei euro das hier sind steht dann drauf 30 milliliter gibt aber noch eine etwas größere tube die kostet fünf euro irgendwann ich weiß dass ich die erst mal benutzt habe das war irgendein tipp von sozusagen von der bettgenossin im krankenhaus als ich glaube ich das zweite kind gekriegt habe oder was die hatte mir den tipp gegeben ich sollte auch das mal benutzen weil ich fand dass die kinder immer so eine art ausschlag bekamen wenn man dann die normale wundschutzcreme von nivea oder penaten oder was ne penaten war immer die blaue dose genau gab es ja früher immer diese riesen tiegel mit so einem halben liter die dann erneuerung verbraucht das war ja früher in den 80er und 90er jahren ja schon noch die klassiker die hat sie mir den tipp gegeben und die musste ich damals tatsächlich in der apotheke kaufen gehen und ich weiß noch dass die große tube damals über zehn mark gekostet hat also noch zu marktzeiten und das war echt damals das war richtig viel ne das ist so wie wenn du heute 30 euro für eine creme bezahlt also das war ein vermögen aber gut sollte man nicht alles tut wenn man kinder hat ganz so die tüte ist ungefähr leer was ich noch hier drin hab denn 12 von diesen tüten hier das sind die dm bio dateln die sind entstehen ich glaube die sind auch nicht ganz so süß ich meine die sind ungezuckert ja das heißt ungezuckert aber die sind ja an sich auch schon süß ich hätte es mir doch ganz gern soft dateln aber ich finde die manchmal so extrem süß weil das echt schon zu viel ist so und ich würde mir sagen die tasche ist leer das war dann der schnelle einkaufs haul für den juni ich habe ja noch so viel im backup vom letzten monat nun gut mein mann ist unten und hätte gern was zu essen dann würde ich mir sagen mach mal jetzt an dieser stelle los und ich hoffe das hat euch gefallen und wir sehen uns am mittwoch wieder und denkt dran däumchen hoch ist wichtig kommentare und wer mag und wer noch gern mehr sehen würde soll den kanal doch bitte gerne abonnieren bis am mittwoch meine lieben tschüssi